So hallo zusammen, wie ihr schon seht, möchte ich euch unsere neue Routenhalter vorstellen. Einmal in der V-Auflage-Variante sowie einmal in der U-Auflage-Variante. Die U ist ideal geeignet für hinten an der Rute, der V mit dem Schlitz hier für die Schnufführung ideal für vorne. Beide ausgestattet mit einem Metallgewinde sowie beide Luminous. Das ist das Besondere. Ihr kennt das oft, wenn man nachts beim Nachtangels eine Rute am Wasser platzieren und stolpert aus Versehen mal drüber, wenn man sie nicht sieht, wenn es dunkel ist. Und so ein kleines Gimmy, beziehungsweise einfach eine kleine Verbesserung, Änderung, kann oft den Unterschied ausmachen. Finden wir ziemlich cool. Aus Luminous komplett leuchtet nachts und ihr seht sofort, wie eure Rute ist. Erhältlich bei eurem Tackle-Dealer. Probiert es mal aus. Viel Spaß beim Nachtangeln und Petri Heil. Bis zum nächsten Mal.